willkommen bei komodo news und zwar will ich nach den ereignissen in amerika noch mal darauf hinweisen dass die zensur immer stärker wird und dass ihr am besten meinen kanal auf odyssey abonnieren sollt und ja es ist jetzt um zeit um die großen big tech schiffe zu verlassen und alternativen zu betreten ja auf youtube kann man eh nicht mehr frei reden von daher werde ich jetzt das halt nur anteasern und das ganze video gibt es auf odyssey also kommt rüber ja wenn ihr ungefilterte sachen hören möchtet und der vorteil ist halt dass man da andere leute unterstützen kann dass man für aktivität um eine währung quasi kriegt library coins kann man auch kaufen und damit kann man videos oder kanäle pushen da ist ganz cooles system und auch wenn jemand jetzt keine euros hat jemand zu unterstützen kann er das halt mit diesen library coins machen also library und odyssey.com sind das gleiche dann fangen wir ab mit den zwei artikeln die ich hier noch also offen habe der erst vom 29 november und beide sind von konnektiv events wir sehen uns dann auf odyssey ursprünglich wurde uns gesagt dass die prämisse für den lockdown sei die kurve abzuflachen und damit den staatlichen gesundheitsdienst davor zu schützen überfordert zu werden es ist klar dass der nationale gesundheitsdienst zu keinem zeitpunkt gefahr lief überfordert zu werden und seit mai 2020 sind die kovid stationen weitgehend leer und entscheidend ist dass die zahl der todesopfer unter den kovids extrem niedrig geblieben ist wir haben jetzt hunderttausende von sogenannten fällen infektionen und positiven tests aber kaum kranke es sei daran erinnert dass vier fünftel 80 prozent der infektionen asymptomatisch sind die kovid stationen waren im juni juli august und september 2020 im großen und ganzen leer am wichtigsten ist jedoch dass die zahl der todesfälle bei kovids auf einem historischen tiefstand ist es ist klar dass es sich bei diesen fällen in wirklichkeit nicht um fälle handelt sondern vielmehr um normale gesunde menschen sogenannte asymptomatische fälle waren noch nie in der geschichte der atemwegserkrankungen die treibende kraft für die ausbreitung der infektion vielmehr sind es symptomatische menschen die atemwegsinfektionen verbreiten nicht asymptomatische menschen es ist auch überdeutlich dass die pandemie im grunde genommen vorbei ist wir haben höchstwahrscheinlich eine herdenimmunität erreicht und brauchen daher keinen impfstoff wir verfügen über sichere und sehr wirksame behandlungsmethoden und präventivbehandlungen für kovids deshalb fordern wir ein sofortiges ende aller sperrmaßnahmen soziale distanzierung das tragen von masken das testen gesunder personen track and trace immunitätsspäße das impfprogramm und so weiter es wurde ein katalog unwissenschaftlicher unsinniger politiken erlassen die unsere unveräußerlichen rechte verletzen wie zum beispiel bewegungsfreiheit redefreiheit und versammlungsfreiheit diese drakonischen totalitären maßnahmen dürfen niemals wiederholt werden the great reset ist die neue welthordnung sehr detaillierte erklärung des great reset und der neuen welthordnung ultimativer beweis covid 19 sollte in die neue welthordnung eingeführt werden beispiel großbritannien lockdown covid hat sich als weniger tödlich erwiesen als frühere grippesaisonen von dezember 2017 bis märz 2018 gab es in england und wales 50 100 grippetodesfälle im jahr 1969 gab es 80 000 grippetodesfälle bis heute haben wir in großbritannien circa 42 000 todesfälle im zusammenhang mit covid wir haben die gesellschaft noch nie wegen eines atemwegs virus eingesperrt grundlage für die abriegelung war ein mathematisches modell von professor neil furgesen sein modell das eine halbe million todesfälle im vereinigten königreich vorher sagte wurde rundheraus als ungeeignet für den zweck verurteilt seine geschätzten todeszahlen waren eindeutig um den faktor zehn oder zwölf falsch this website voice.com account has reached the daily limit please upgrade to continue listening this website voice.com account has reached the daily